Der Bill Immo-Index ist ein Indikator über die Gesundheit vom Letzterbäuer Winningsmarkt. Zusammen haben wir mit Preusswort aus Coopers und auf Initiativ von der Bill sie sieben verschiedene Rationen definiert können, aus denen sich ein 1.8.000 Index ergibt. Wenn der Bill Immo-Index unter Null fällt, weist er bei einer dynamischen Winningsmarkt hin, wobei wenn der Bill Immo-Index sich über Null befindet, wir von einem aktiven und dynamischen Markt zu sprechen. Ab dem 3. Juni 2017 steht der Bill Immo-Index bei 1.82, wobei er für ein Mauer bei 1.5. Diese Augmentation des Index erklärt sich durch folgende Elemente. Zwischen Juni 2016 und Juni 2017 sind Wohnungspreise in moyenne um 6,2% geklommen. Die Läu-Index verweigert die Acceleration von den Wohnungspreisernit. An demnach hört der Ratio Logement des Läu-Index auch einen großen Aufluss auf die Evolution vom Index. Den Index verweigert auch zu einem großen Teil der Acceleration vom Bausektor, den an den letzten 12 Monaten um 13,7% wächst, wobei der PIB um 3,5% progressiert. Dabei können der Typothekekredite weiter progressieren, und zwar um 13,8%. Den Index geht aber moderiert durch Errückgang von den Baugenehmigungen um 8,4%. Der Bill Immo-Index konfirmiert damals sein Niveau von Ende 2016 und rapprochiert sich seinem Rekordheisch im Jahr 2008. Die Dokumentation vom Index bleibt aber stark verbunden mit der Gesundheit von der Lützebäuer Ökonomie. Die starken ökonomischen und demografischen Wurstum, gekoppelt mit einer Demand- und Wohnraum, die weit mehr groß ist als der von der Offen. Die Regionen Norden und Westen sind relativ tief populär, aber wir konstatieren eine demografische Dynamik, die wir haben wie am nationalen Durchschnitt. Die Preise von den Wohnungen an den Pläuen sind aber deutlich unter dem nationalen Durchschnitt, sodass wir diese Regionen um Niveau 2 halten. In der Region Centro Norden liegt die Bevölkerungsdynamik leicht unter dem Land. Trotzdem progressieren die Pläuen von den Häuser in dieser Region weiter mit 7,2%, während die Pläuen von den Appartementen mit 2,9% zurückgehen. Dafür halten wir das Niveau an dieser Region bei 3. Die Südlische Regionen erleben die starken Bevölkerungswurstum an den letzten 12 Monaten. Die Preisentwicklung bleibt aber unter dem nationalen Durchschnitt, sodass wir für diese Regionen die Niveau 3 beibehalten. Die Demografische Entwicklung verdubbelt sich am Osten von 1,9% am Jahr 2015 auf 4% am Jahr 2016. Diese Regionen lögt die letzten Jahre immer deutlich unter der nationale moyenne, mit auf den 30. Juni 2017 gesammelt eine dynamische Entwicklung. Kleine von den Häuser gehen in moyenne um 19,1% auf, wobei die Appartementen nicht mehr um 3,8% progressieren. Diese Dynamik dreift das Niveau an dieser Region Osten von 2 auf 3. An der Region Centre-Süd hat es demografische Dynamik gebremst gehen, nachdem sie jahrelang über der nationalen Moyennlung. Die Appartementen verdäuren sich um 0,3%, während eben an dieser Region thäuser um 11,6% progressieren. Das bewirkt, dass der Niveau an der Region Centre-Süd auf Feuer klimmt, an dem noch ein moderater Risiko von einer Preiskontraktion kein besteht. Wir hoffen, dass der Billimoindex sich hilft bei der Entwicklung von Ihren Broschüllen und inviteren euch Broschür vom Billimoindex zu lesen, wo ihr weiter detaillierte Informationen vorhanden könnt. Für weitere Freunde stehen als Experten vom Wheel Estate Desk ich gern zur Verfügung.